Oh Gott, was ist los? Woher kommt die Schisserei? Mein Führer, darf ich Ihnen zum Geburtstag gratulieren? Mein Führer, das Zentrum von Berlin steht unter Artilleriebeschuss. Granaten sind in dichter Folge am Brandenburger Tor, am Reichstag und bis hin zum Bahnhof Friedrichstraße eingeschlagen. Von vor kommt der Beschuss! Mein Führer, wir haben noch keine Meldung. Ich spreche gerade mit Koller. Koller, geben Sie mir Koller. Koller. Sie wissen nun, dass Berlin unter Artilleriefeier liegt. Guten Tag. Was sagen Sie? Hören Sie den Beschuss nicht? They all just walk away. Ich habe Aufregung in der Stadt. Could I get a hug? Die Russen sollen eine Eisenbahnbrücke über die Ohren haben. HUUUUUUUG! Ganze Luftwaffe von Führung, sofort aufregen! Why? Don't hug me. It makes little difference. Das sind ja nur zwölf Kilometer bis zur Stärke. Once I beat you, your show will be canceled faster than you can say created by Joss Whedon. Ist der Russer schon so nah? Face me, Florence, and suffer the wrath of the egyptian gods. HUUUUUUUUUG! Sie müssen die ganze Luftwaffe von Führung verfahren! HUUUUUUUUUG! HUUUUUUUUUG! Das ist unerhört. Unerhört. Der Risse steckt fünf Kilometer vor dem Stattkampf und ich erfahre das sozusagen auf Nachfrage. Mein Führer, vielleicht handelt es sich ja wirklich um Fernfeuer. Sie erwinten eine Eisenbahnbrücke über die Oder. Ach, Unsinn! Dieser Himmler, was für ein aufgeblasener Hanswurst. Bonzen. Überall Bonzen. Könnte einem Speiübel werden, nur vom Hinsehen. Das heißt, der Führer wird heute noch Klausowitz rausgeben. Berlin als Freundstadt. Da würde ich die Stadt nicht halten können. Berlin ist am Ende. Wenn der Führer hier bleibt, dann wird das ganze Reich mit ihm zusammen in den Abgrund gerissen. Das müssen wir ihm ausreden. Sprechen Sie doch einmal mit dem Hevel. Der Führer mag den Hevel. Er ist der einzige Diplomat, der noch Einfluss auf ihn hat. Hevel hat alles versucht. Glauben Sie mir, es ist sinnlos. Und dann sprechen Sie doch einmal mit Ihrer Schwägerin. Warum nicht? Sie ist verheiratet mit der Schwester von Eva Braun. Das macht sie praktisch mit dem Führer vorhand. Das muss halt alles versucht werden. Berlin ist praktisch von den Russen eingekesselt. Sie sind doch nur jung. Sie werden bald fort. Wollen Sie in der Stadt umkommen? Stimmt nicht. Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Entsuchen Sie ihn eben! Ich will Fegelein sehen! Sofort! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Verrat! Bringen Sie mir, Fegelein! 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 Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Verrat! Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden! Er ist nicht in der Bunkeranlage! Was soll es heissen? Sie können Fegelein знit灯! Er ört! Entsuchen Sie ihn denn! Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden! Er ist nicht in der Bunkeranlage! Was ist das? A LOCKED DOOR? IMPOSSIBLE! Wait, no, it's totally possible, what am I talking about? BEHOLD, DOOR! I shall now defeat you with my superior mental five powers! Run the access! I command you! Please enter access. Access denied. Access denied. MUTE! Goddammit, there's not enough spaces. Okay, um... HEYYY! Access denied. Why are these the only words I know? 1 1 1 1. Access denied. 1 1 1 2. Access denied. 1 1 1 3. Access denied. 1 1 1 4. Access denied. This door is a bitch! Was soll das heißen? Sie können Vegeler nicht finden. Und suchen Sie ihn eben! Ich will Vegeler nicht sehen! Sofort! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Verrat! Bringen Sie mir Vegeler ein! Vegeler ein! Vegeler ein! Vegeler ein! Vegeler ein! Very Lawyer ein! Und untertitelt! Gabriele ein! Und untertitelt! Yoon!